Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Und wir kommen zu unserem nächsten Bereich und zwar Online Broker. Ja, da sage ich vielleicht noch was dazu. Wir haben ja nicht nur das beste Depotkonto, die Sie ausgezeichnet, sondern vor ungefähr einem halben Jahr haben wir auch Anbieterbewertungen eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele auf die Bankbewertungen umgeschwenkt sind und diese auch dann wirklich effektiv genutzt haben. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir die Anbieter aus den verschiedenen Bereichen, sei es Direktbank oder Regionalbank speziell auszeichnen und haben uns überlegt, in dem Fall auch die Broker nochmal explizit auszuzeichnen. Und im Online Broker Bereich möchte ich hier Cap Trader zum ersten Platz gratulieren. Und damit bitten wir Herrn Weiß nach vorne. Herr Weiß ist auch schon da. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt der Preis. Auch hier ein Top-Ergebnis. Gesamtbewertung von 5,5 von 6,0. Genau. Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent. Und ein Kunde sagt beispielsweise, die Handelsplattform TWS funktioniert stabil, ist sehr zuverlässig, übersichtlich, Telefonsupport kompetent, schnell und sehr freundlich. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014.